Heute seht ihr die besten Momente in Minecraft. Wenn ihr nicht diese lustigen Momente verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Bist du bereit, Caspar, heute für Suchen und Verstecken? Oh mein Gott, ich hab mir so krasse Verstecke schon überlegt, ne? Ja, du wirst mich nie finden. Niemals. Ich sag dir okay und du sagst niemals. Niemals. Ich geh jetzt hier rein. Ja, und dann? Darf ich auch wieder rausgucken, ist jetzt die Frage? So, wenn du versteckst? Nee, wir gucken mal von mir aus. Von mir aus als Kleiner. Ich darf rausgucken hier, also ich darf rausgehen? Du darfst, nee, nicht rausgehen. Ach so, aber rausgucken. Ja, gut, okay. Ja, ja, ja. Ja, ich bin, dann, äh, ich würd sagen, du kannst dich ja mal losverstecken. Okay, okay, ich leg einfach mal los. Also, mal gucken. Genau, leg mal los. Ey, Leute, das Ding ist, Caspar wird nicht wissen, dass ich Kameras installiert hab. Das ist so krass. Pass auf, ich werd die ganz kurz mal installieren, Leute. Guck mal, hier ist die erste Kamera, Leute. Und ich glaub, er wird auf jeden Fall nicht sehen. Ich geh mal kurz zur zweiten Kamera. Und, Leute, auf der Kamera kann ich ihn... Doch, auf der Kamera hab ich ihn grad gesehen, Leute. Da ist er. Ich glaub, da geht er ins Haus rein. Oh, mal gucken, ob ich noch mehr Kameras habe. Vielleicht bessere Winkel. Leute, ich glaub, er ist da grad reingelaufen, so in das Haus da. Ich guck mal, ob ich da drin auch ne Kamera drin habe. Da, doch, da ist er. Oh mein Gott, da ist er, Leute. Oh, Darts ist jetzt natürlich richtig crazy. Ich hab jetzt grad die Kamera angeschnüpft, Leute, in dem Haus. Guck mal. Oh, da baut er sich irgendwas. Er will sich da, glaub ich, einbauen oder so, ne? Und, Kasper, bist du schon am Verstecken? Hast du dich schon versteckt? Äh, ich hab noch kein Versteck. Ich brauch noch kurz Zeit. Ich bin noch nicht dabei. Ach so. Ich zähl noch die ganze Zeit, ne? Ich such dich gleich. Ja, ja, zähl weiter, zähl weiter. Ja, ja, mach ruhig, mach ruhig. Leute, guck mal. Der möchte ja anscheinend irgendwie mit dem Gemälde oder sowas arbeiten, ne? Oh, wenn der, oh mein Gott, der, der, der wird auch denken, dass ich niemals bin. Hey, ey, ey, bist du da? Bist du da? Äh, ja, klar bin ich da. Ich zähl noch, ich hab die Augen zu. Ich hab das krasseste Versteck, ich hab das krasseste Versteck jemals. Du wirst mich hier niemals drin finden, das ist so krank. Okay, okay. Na gut, okay, dann, ich würd sagen, soll ich loszählen, soll ich losgehen? Ähm, warte mal, ich muss mal kurz abprüfen, ob hier auch die Tür zu ist. Ja. Ja, ist zu. Okay, okay, passt, passt, passt. Okay, alles klar. Ja, du kannst von mir aus kommen. Okay, okay, warte, ich komm, ich komm. Oh, alles klar, Leute, ich bin wieder aus den Kameras raus. Okay, so, jetzt wird's auf jeden Fall interessant. Äh, Kaspar, ich komme. Äh, ja, ich bin versteckt hier vorne. Ja, da vorne bist du versteckt. Oh, bist du rumfliegen und gucken. Bist du vielleicht hier drin? Ah, ich seh dich auf meiner Drohne. Auf deiner Drohne, okay. Ich fliege mit so einer kleinen Drohne rum. Oh, Gott, da war ich. Das Ding ist, ich werd dich auf jeden Fall absolut finden. Ja. Also, ich hab eine 100%ige Schank, dass ich dich finden werde. Was glaubst du? Du hast keine, wie sowas für eine 100%ige, du weißt doch keine Ahnung, wo ich bin. 100%ige Chance, doch. Du hast doch keine Ahnung, wo ich bin. Ich muss nur grad so ein bestimmtes Haus finden, wo ich mir vorstellen könnte, wo du drin sein könntest. Warm, warm, warm. Heiß, heiß, heiß. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Da bin ich drin, da bin ich drin, ganz sicher. Ja, bist du da ganz, ganz sicher drin? Ja, 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 da bin ich mir sicher. Das Haus hier, Leute. Oh Gott, oh Gott. Mit Diamanten-Schloss hier versteckt. Okay, na gut. Du wirst mich niemals finden. So, wieder versteckt. Ach, du sagst, ich werde dich niemals finden? Okay, kein Problem, Kollege. Ich glaub, du wirst mich hier nie finden. Kein Problem. Also, ich will dir nichts sagen oder so, ne? Ja, was denn? Aber ich weiß ganz genau, dass du hier in dem Haus drin bist. Alles gut. Oh, Moment mal. Was ist denn? Hier ist ja ein netter Garten auf jeden Fall, mit so ein paar Knöpfen und so, ja. Die machen nichts, die Knöpfe. Die machen nichts, die Knöpfe. Wollt ihr was sagen, Kaspar? Du warst ja eben in so einem Turm. Du warst ja eben in so einem Turm. Da bin ich drin. Ja, ja. In dem bin ich. Oh. Nein. Oh, nein. Was ist denn da? Wie konntest du mich denn, hä, wie hast du mich hier gesehen? Ich hab einfach, ich hab's einfach gewusst irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Digga, also das kannst du dir nicht ausmalen. Doch, ich hab's einfach gewusst. Hier doch nicht einfach so. Einfach, einfach gewusst, doch. Ich hab mir schon... Du hast doch gehackt. Du hast gehackt oder sowas. Nein, ich hab mich gehackt. Ich schwör's, okay, pass auf, wir machen noch eine Runde. Nein, wir machen noch eine Runde. Ich versteck, also, du versteckst dich nochmal. Ich versteck mich nochmal. Ich versteck mich jetzt nochmal. Und ich geh nochmal rein und fang an zu zählen, okay? Ja, in Ordnung, in Ordnung. Willst du das so fair? Okay, dann komm mit zum Obsidian-Haus. Du willst sehen, ich hab nicht gecheatet. Du hast doch eben... Du hast doch gelootet, du hast rausgeguckt. Nein, ich hab auch keine Drohne. Du hast nur die Drohne, weil du Verstecker bist. Aber ich hab keine Drohne. Ja, okay. So, das Ding ist, ich bin ja auch hier im Obsidian. Du siehst ja, guck mal, du kannst mich auch nicht beobachten. Ich bin hier drin. Du kommst hier nicht raus. Ich werd hier nicht rauskommen, ja? Ich hab mir jetzt einen kleinen Block vorgebaut, dass du hier bloß nicht... Den musst du erst abbauen, wenn du willst. Den musst du erst abbauen, dann. Das wird auf jeden Fall ein bisschen dauern. Ja, ja, okay. Du hörst auf. Jetzt noch nicht. Ich werd mich hier drin verstecken. Ich fang schon mal an zu zählen. Eins, zwei. Oh, Leute, wir haben ihn direkt auf der Kamera gehabt. Das ist richtig gut. Das ist ein bisschen direkt, wo er langläuft. So, jetzt sind wir hier bei einer anderen Kamera. Aber ich kann ihn sogar durch die Wand sehen, Leute. Ich glaub, er sieht auch gar nicht, dass die Kamera hier oben ist, was halt auch echt praktisch ist. Oh, nein. Oh, er will nämlich ins Haus gehen, ne? Ey, Leute, bitte auf jeden Fall nicht checken, dass wir ihn gleich wieder sofort finden werden. Das ist so cool, ne? So, ich komm ein bisschen weiter. Mit der Kamera. Okay, geht hier auf jeden Fall unten weiter, Leute. Richtig gut. So, hab ich hier noch irgendwo eine andere Kamera. Oh, nein. Er geht aus dem Winkel raus, Leute. Nicht gut. So, Leute, ich hab mir nochmal eine andere Kamera abgezappt. Er ist auf jeden Fall grad hier rechts in dem Haus drin. Oh, da ist auch noch ein Villager, Leute. Oh, mal gucken wir mal. Oh mein Gott. Er geht direkt in das Haus, glaub ich, da rein, Leute. Er geht direkt in das Haus da unten rein. Ey, der wird das nicht checken. Er möchte dann irgendwie eine Falle bauen oder sowas, ne? Hab ich noch eine Kamera? Er baut da, glaub ich, eine Lavafalle. Ich brauche so, ich beobachte dich mit meiner Drohne. Ja, ja, mach ruhig. Ich baue jetzt hier grad deinen Block ab. Also, ich hab auf jeden Fall nicht rausgeguckt, ne? So, okay. Oh, Leute, er weiß auf jeden Fall nicht, ne? Dass ich hier einen Wassereimer versteckt hab vorher, weil ich wusste, er will irgendwas mit Lava machen. Ähm, ich sag dir, ich werd dich auf jeden Fall finden. Ich guck hier schon grad in jedes Haus rein, ne? Ähm, was guckst du in den Häusern denn da? Sag mal, ich guck hier grad einfach so ein bisschen rum, so. Hier sind auch voll viele Kisten verschlossen. Hörst du meine Drohne? Ich verfolge dich grad mit der. Ich hör dir so ein bisschen rumzwirbeln, ne? Also, du bist auf jeden Fall schon ziemlich warm, muss ich sagen. Ich bin schon warm, sagst du, ne? Ach, du wirst mir sogar gefühlt was verraten, wo du bist, oder was? Wenn ich dir mal einen Tipp geben darf, du bist schon ziemlich nah dran. Hm, ja, okay. Okay, also, ich muss grad überlegen, wo waren, äh, ich mein, äh, nicht wo war, sondern ich, ich mein, wo könntest du dich versteckt haben, ne? Was meinst du mit, wo war? Ne, ich hab mich nur versprochen. Ich mein, wo du jetzt versteckt haben könntest, das wollte ich eigentlich sagen. Okay, in diesem kleinen Raum, vielleicht war, ich glaub, da war ich eben drinnen. Ich würd da nochmal reingehen. In den kleinen Raum? Wenn ich du wäre, würd ich da, glaub ich, nochmal kurz reingehen. Da kann man ja gar nicht reingehen hier, ne? Da bist du wahrscheinlich, oh, hier sind sogar Kürbis, Leute. Halloween war aber erst, äh, war jetzt erst, ne? Da bin ich, ich bin neben den Kürbissen. So, ich will ja nichts sagen, aber ich hab so das Gefühl, du bist in so einem Haus, wo so Stein drin, äh, sein könnte, ne? Wie kommst du da rauf? Ich weiß auch nicht. Vielleicht, bist du vielleicht da drin? Wie kommst du da rauf? Hä, ich weiß, ich hab so ein Gefühl irgendwie. Hä? Ich hab irgendwie so ein kleines Gefühl, dass du da vielleicht sein könntest. Wäre auf jeden Fall, äh, sehr interessant. Ja, okay. Hat sie gerade die Tür? Ich bin, ich bin ja... Also, hier bist du auf jeden Fall auch nicht drin. Ich guck mal, oh, der, der Villager. Oh, oh nein, der, der Zombie, Leute. Ich muss den einfach ganz kurz hier weg, Zombie. Ich hör kein Zombie, was ist das für ein Zombie? Du hörst kein Zombie, sagst du? Was ist das für ein Zombie, was ist hier los? So, hab ich mal ganz kurz jetzt hier geholt. Ich guck mal jetzt ganz kurz hier, hm. Äh, was ist das denn? Oh, war hier Lava etwa? Oh nein! Lava, tack auf dich! Nein! Oh, ich hab dich gefunden! Wie hast du mich hier gefunden? Tja, ich wusste einfach einfach, dass du hier bist. Du bist hier so zielstrebig hingelaufen, ich hab das mit der Drohne direkt gesehen. Wie konntest du mich hier sehen? Ja, ich hab, keine Ahnung, ich hab halt irgendwie so dich gehört. Ich weiß auch nicht, warum. Du schummelst! Nein, ich schummel nicht, ich schummel nicht. Zeig mir dein ganzes Inventar, zeig alle deine Hände einmal durch. Hier, ich hab das und, äh, und den Lava-Eimer hab ich gefunden in der Kiste. Mehr hab ich nicht. Das, du bist so, du bist so ein Lügner. Ich versteck mich nochmal, okay? Ich versteck mich nochmal. Ich versteck mich, meinst du. Oh Gott, wenn wir um die rauskommen, ne, ist jetzt hier die Frage. Ich regel das. Dann versteck dich nochmal und, äh, ich werd, diesmal kannst du mich komplett auch zubauen. Du kannst die Tür auch zumachen. Ja? Okay, das mach ich auch, weil ich glaube, dass du wirklich einfach mies am Schummeln bist. Ich bin nicht am Schummeln, ich schwör's dir. Natürlich! Nein, wirklich, ich bin echt nicht am Schummeln. Na klar bist du, jetzt hörst du auf zu lügen, Alter. So, komm, wir gehen jetzt wieder zurück, äh, zum Dingens, zu dem Obsidian-Haus. Ich, ich werd's dir sagen, ich, ich, ich bin hier am Schummeln, du kannst mich zubauen, wie du willst. Also, ich hab das Gefühl, dass du hier die ganze Zeit belügst und betrügst. Nein, halt echt nicht, wirklich. Guck mal, ich bin jetzt hier drin, ich kann nach unten gucken jetzt. Ich baue hier jetzt auch zu und ich muss jetzt hier wirklich das noch krassere Versteck rausnehmen. Jetzt ist hier gar nicht mehr raus, jetzt ist hier gar nicht mehr raus. Ja, darfst du auch nicht. Hier darfst du von mir aus ein bisschen rausdrucken. Ja, okay, ja. Aha, okay. Ja, gut, ich würd sagen, dann versteck dich doch mal, Kasper. Ja, ich versteck mich, bis gleich. Let's go, versteck dich. Ja, ich zähl grad schon, ne? Eins, zwei. Oh, okay, Leute, die sehen grad auf den Kameras, ne? Er läuft hier grad irgendwie unten lang. Nein, er geht aus vom Sichtfeld. Nächste Kamera. Okay, hier ist noch eine, Leute, hier kann ich nochmal gucken. Okay, ich brauche am besten nochmal einen anderen Winkel von der Kamera. Oh, Leute, er möchte sich anscheinend als Wildscher verkleiden oder so, ne? Ich hab jetzt nochmal einen anderen Kamerawinkel, Leute. Was will er machen, Leute? Ich glaub, er will sich als Villager verkleiden. Was? Oh mein Gott, was? Hast du dich eigentlich schon versteckt, Kasper? Ähm, ich habe mich ziemlich, ziemlich gut versteckt. Ich bin in einem Steinhaus drin, nur zur Info. Okay, ich mach jetzt mal ganz kurz hier das Holz weg. Dann bin ich jetzt hier... Ich hab auf jeden Fall nichts gesehen, ne? Also, es ist auch total dunkel bei mir drin gewesen. Okay, ja, ich... Du hast grad gesagt, wo du bist? Wehe, du hast... Ich hab nicht gesagt, wo ich bin. Ich hab nur gesagt, was ich bin. Du hast gesagt, in einem Steinhaus, hast du gesagt. Ja, vielleicht auch unter einem Steinhaus oder sowas. Okay, ich guck jetzt... Ich guck grad hier schon ein bisschen rum, Sondern. Ich bin jetzt hier grad schon ein bisschen am Luschern. Hm, aha, vielleicht in dem Haus bist du drin. Alles in Ordnung. Wieso? Vielleicht hab ich auch nicht gerade gesehen. Du hast mich nicht gerade... Bist du in deiner Drohne oder bist du nicht in deiner Drohne? Ähm, ich bin in meiner Drohne. Die fliegt hier richtig mies rum. Ach, ah ja. Okay, ich guck mal. Habt ihr sehen? Nee, ich seh... Da war sie ganz kurz, okay. So, hier war dein erstes Versteck. Ich muss schon sagen, das war auch schon nicht schlecht, das allererste. Ja, vielen Dank. Das hatte auf jeden Fall was. Ja, aber jetzt muss ich dich natürlich nur finden. Leute, das Ding ist, ich hab ja gesehen, wie er sich als Villager verkleidet hat, aber... Aber ich weiß grad nicht mehr, wo er ist. Er muss ja irgendwo... irgendwo rumlaufen. Vielleicht so. Äh, sag mal, bist du eigentlich in so einem Holzhaus drin, oder? Ähm, ich bin jetzt gerade rumgelaufen. Ich bin jetzt gerade in so ein Holzhaus reingegangen, ja. Oh mein Gott, hast du ein Haus angezündet? Äh, nein, das war ich nicht. Das ist doch die Lava von eben. Oh Gott. Ablenkung, Ablenkung. Ja, ähm, welchem Haus bist du denn drin? Äh, ich bin in einem orangenen, mit einem orangenen Dach, einem Holzhaus. Ja, bist du in dem Haus drin, ne? In welchem denn? Äh, ich weiß gar nicht, du meinst ja deine Sicht nicht. In einem orangenen Holzhausdach? Bist du in so einem Holzhausdach drin? Äh, ich bin, ich bin, ja, ich bin mitten in so einem Holzhausdach. Äh... Was? Ich seh dich. Nein, wie siehst du mich? Ich seh dich, dein Name steht da drüber. Was? Oh nein, als wenn du mich sehen konntest. Ja, ich hab doch gesagt, ich cheate mich. Mann, mein Name steht da. Du meinst zu cheaten. Warum hast du mich heute so krass oft gefunden? Du bist ja die übelste Maschine. Ich hab doch gesagt, ich bin der Beste, Heideziek. Aber soll ich dir eine Sache verraten? Was denn? Guck mal, da oben und da oben. Was ist da? Und da oben. Was sind das denn? Kameras? Da sind überall Kameras. Ich glaub's. Komm her, komm sofort her. Ja, selbst schuld. Du Schummler. Du Schummler. Ich hab ihn voll geprankt, Leute. Du bist so ein Schummler. Ja. Mann. Juhu. Kaspar, Kaspar. Juhu. Hallo. Was sollt ihr denn los auf eine Runde Heideziek? Oh mein Gott, ich werde dich doch sofort finden. Sag mal. Da musst du nicht direkt losfallen deswegen. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Guck mal, da vorne. Ey, gibt's auf jeden Fall richtig krasser Stecker in dem Dorf. Ich würde sagen, ich hab nämlich eine Idee. Okay, du kannst ja schon mal ein bisschen rumgucken, so nach Verstecken suchen und ich werde mich dann gleich hier verstecken. Ah, okay, okay. Und ich wette mit dir, dass du mich niemals finden wirst. Natürlich werde ich nicht finden. Nein, niemals. Also ich sag's so. Na logisch. Ich bin mir so sicher, dass du mich nicht fünfer finden kannst, dass wenn du mich fünfer findest, du kriegst mein Haus. Hab ich gebaut gerade. Okay, du setzt dein Haus ein, dann kriegst du meine Kiste Diamanten, wenn ich das nicht finden kann. Okay, okay, fairer Di, deswegen gehen wir schon mal in die Stadt, Kaspar. Mach ich, ich guck hier mal ein bisschen rum. Ich geh mal nach Hause, Leute. Okay, Leute, jetzt hört er mich nicht. Und zwar hab ich mir ein Menü geholt, wo ich mich so in verschiedene Models morphen kann, Leute. Das heißt, ich nehm es hier mal ganz kurz als Schwein. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Stadt rein, Leute. Und gucken, ob wir hier irgendwie uns neben so ein Tier am besten stellen können. Ah, ich bin schon versteckt, Kaspar. Du bist schon versteckt? Ich bin schon versteckt, ja, ja. Wie schnell hast du dich denn jetzt versteckt? Ja, kannst du mal sehen, ne, kannst du mal sehen. Warte mal, ich müsste doch safe deinen Namen irgendwo sehen. Nee, meinen Namen siehst du nicht. Meinen Namen hab ich ausgestellt, den wirst du auf jeden Fall nicht sehen. Okay, du bist doch irgendwo gecroucht irgendwo hinter, oder nicht? In irgendeinem von den Häusern. Ja, natürlich bin ich hier. Oder vielleicht bin ich auch einfach irgendwo. Das Ding ist, du darfst doch Fragen stellen, ne. Das heute bin ich mal nett, du darfst doch Fragen stellen. Okay, bist du bei dem größten Haus im Dorf? Äh, nein. Ne, 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 da bin ich nicht. Aber ich könnte auch hingehen, wenn ich will. Also, so versteckt bin ich, dass ich einfach hingehen könnte. Ja, okay, dann geh doch mal hin, dann seh ich dich ja sofort. Hey, das ist doch dann direkt vorbei. Ja, 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 okay. Ja, wenn du mich dann findest, ne. Du musst mich auch finden. Also, du sagst, du bist nicht, du bleibst... Du musst dich ja berühren. Wir machen ja Heidens Sieg mit Berühren. Das heißt, du musst dich einmal schlagen. Okay, 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 Mann, ey, ich seh dich halt nicht, auch dein Name. Ich seh dich, aber... Ich seh dich. Du siehst dich jetzt gerade? Nein, melk doch mal die Kuh, Kaspar, melk doch mal die Kuh. Als wenn du mich hier siehst. Was mach ich gerade? Ey, auf sie zu schlagen, sie ist ganz wütend jetzt. Wo siehst du mich? Wo bist du? Du bist hier im Brunnen drin, oder? Ja, natürlich bin ich im Brunnen drin, natürlich. Nein, da ist niemand drin. Hä? Warte mal, bist du überhaupt du selbst? Bist du du selbst? Weiß ich nicht. Aha, okay, okay. Du bist ein Gegenstand, ne? Du bist safe. Du bist... Was bist du? Du bist hier so ein Erdbach, oder sowas? Was bin ich? Was bin ich? Bist du hier die Kuh, oder der Erdbach, oder so? Ähm... Ja, wer weiß, ne? Keine Ahnung, was ich bin. Du bist hier die Blume, oder was? Nein. Wie die Blume. Der Villager. Du bist hier der Villager vor mir. Ich weiß es. Siehst du mich? Ja, hier vor mir, oder nicht? Ganz schön große Augen hast du, Kaspar. Ganz schön große Augen. Oder bist du der? Ich bin am weinen, ich bin am weinen. Hä, du weinst? Ja, guck doch mal den Villager an, der ist am weinen. Du siehst dich irgendwo, wo bist du? Ja, das bin ich. Bist du das Schwein hier? Bist du das Schwein? Was, warum soll ich das Schwein sein? Warum soll ich das Schwein sein? Ehrlich, was macht das Schwein denn? Warum, was macht das Schwein? Das läuft einfach rum. Als ob hier ein Schwein ist. Du bist die Kuh. Oh, das Schaf hier oben, ich wusste, dass du das Schaf bist. Warte mal. Ne, auch nicht. Bist du das Schwein? Komm, sei ehrlich. Du bist das Schwein. Ach, nein. Du bist, ich wusste es. Okay. Ey, Mann. Alter, krasses Versteck. Ey, 1-0 schon mal für dich. Ach, Mann, ey. Okay, weißt du was? Weißt du was? Okay, das war nicht schlecht, aber ich sag, jetzt wirst du mich auf gar keinen Fall finden. Ich gehe jetzt kurz nach Hause und werde mir cool was überlegen. Ja, mach das. Du wirst jetzt sehen, Kaspar. Ich kriege dir das Dorf hier mal ein bisschen weiter ein. Krieg dir das ruhig ein, du wirst es sehen. Okay, Leute. Ich gehe jetzt mal wieder in die Stadt rein. Ich habe hier jetzt ganz gut versteckt gerade. Okay, ich würde sagen, ich bin versteckt, Kaspar. Ja, du bist versteckt. In Ordnung. Ich bin versteckt, genau. Oh mein Gott, das ist so ein gutes Versteck. Du wirst mich niemals finden. Siehst du mich jetzt gerade? Siehst du mich jetzt gerade? Ähm, spring mal in den Brunnen rein, wenn du willst. Ähm, was? Ja, los, mach doch, trau dich. Okay, okay, du siehst mich. Wenn du mich siehst, was mache ich gerade? Ähm, nichts. Mach ich hier nichts? Du machst gerade irgendwo, du tanzt gerade oder so. Was machst du gerade? Na, okay, du siehst mich also nicht gut. Du siehst mich also nicht gut. Ah, ja, okay. Das heißt, du bist ziemlich weit weg. Okay. Ja, ich könnte ziemlich weit weg sein. Hier oben irgendwo? Bist du hier drüben? Bist du ein Lebewesen? Ähm, nee, nee, geht so. Was denn jetzt? Wie geht so? Ja oder nein? Na, geht so, geht so. Ja, was ist denn das für eine Antwort? Geht so. Man ist ein Lebewesen oder nicht? Nein, 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 nein. Natürlich bin ich ein Lebewesen. Okay, dann nicht. Dann nicht. Okay. Hier irgendwo was? Bist du hier? Okay, kein Lebewesen. Das heißt, du bist ein Block, oder? Bist du ein Block? Irgendwas? Nein, ich bin doch kein Block. Ich finde, du solltest dich mal ein bisschen bewegen. Wenn du cool bist, dann springst du jetzt fünfmal hoch. Fünfmal hoch springen? Mhm, dann müsste ich dich doch sehen hier irgendwo. Ich bin schon einmal gesprungen. Einmal bin ich schon gesprungen. Was? Niemals. Ja, doch. Einmal bin ich schon gesprungen. Wo bist du denn? Hä? Oh, zweimal bin ich jetzt schon gesprungen. Ich bin jetzt schon gerade zweimal gesprungen, Kaspar. Siehst du mich jetzt gerade? Siehst du mich jetzt gerade? Ja. Oh, ich bin fünfmal gesprungen. Jawohl. Was? Okay. Guckst du hier oben irgendwo? Wo bist du denn? Ich seh dich. Fall doch runter, Kaspar. Fall doch runter. Bist du in der Nähe von dem Brunnen, oder siehst du mich von ganz weit weg gerade? Ich seh dich jetzt gerade. Ich bin in der Nähe von dem Brunnen, muss ich sagen. Ich bin auf jeden Fall gut getarnt. In der Nähe von dem Brunnen. Ich bin auf jeden Fall sehr gut getarnt. Okay, also du bist ein Gegenstand in der Nähe von dem Brunnen. Ja, genau. Ich bin ein Gegenstand in der Nähe von dem Brunnen. Bist du in einem dieser Häuser hier? Äh, so ähnlich. Hier war ja eine Geistertür. Wie eine Geistertür. Ah, das war nur ein Villager. Okay, ist nur ein Villager reingegangen. Das wärst du gewesen. Äh, hier irgendwo? Hier vorne. Nein, ich muss mich unterhalten. Äh, wo bist du denn? Hier oben, oder was? Oh, ich seh das so, dass wir so Minecraft-Noves sind, ne? Hier auf dem Dach? Äh, wo bist du? Äh, wo bist du jetzt hin? Bist du hier dieser Ständer, oder was? Nein, bin ich nicht. Nein? Du bist hier... Nee, der Airblock? Nee, auch nicht. Hä? Oh mein Gott. Du bist safe hier im Haus drin, oder nicht? Hier der Tisch. Oh mein Gott. Ist hier der Tisch? Äh, oder hier irgendwie das Fenster, oder so? Nee. Oh mein Gott. Hey, stehen geblieben. Nee, nein. Oh mein Gott. Alter, was hat man denn... Oh, ich hatte gerade Angst, dass es so aussehen, das Fenster... Guck mal, ihr wisst, was meine Angst gerade war? Ich stand ja am Fenster, ne? Und ich dachte, du wirst dich vielleicht so hauen, oder durchhauen, und mich dann treffen. Oh mein Gott. Oh nein. Ich hab dich dann nicht... Ich dachte, der ist dann natürlicherweise gespielt. Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt, ich hab noch was viel Krasseres. Jetzt wirst du mich auf gar keinen Fall finden. Und diesmal... Ich bin mal ganz gespannt, was du bist sehen. Alles klar, Freunde. Ich hab jetzt was richtig Krasses vorbereitet. Und zwar hab ich unten einen krassen neuen Trank in meiner Mine. Ich hol den mal ganz kurz, Leute. Ihr werdet auf jeden Fall dich sehen. So, Leute. Ich bin jetzt verwandelt. Ich seh auf jeden Fall gerade von nichts. Pass auf. Okay. So, Leute. Oh, pass auf. Okay. Ähm, Kaspar, ich bin übrigens schon versteckt, ne? Ich bin versteckt, wenn nicht du wäre. Okay, okay. Ich komm runter. Also du kannst auf jeden Fall, äh, denkst du, ne? Du kannst auf jeden Fall schon suchen. Okay, okay, okay. Guck ich mal genau hin. Boah, ich muss sagen, mein Versteck ist auf jeden Fall richtig krass, muss ich sagen, ne? Das ist richtig heftig. Krass, okay. Das ist auf jeden Fall richtig schnell. Ja? Aber das ist auf jeden Fall unnormal. Hier sind die Türen auf? Hier drinnen vielleicht? Nee, auch nicht. Äh, hast du den Villager hier? Haben sie was gesehen hier? Hallo? Vielleicht bin ich auch in der Kiste neben dir versteckt, Kaspar. Kann natürlich auch sein, ne? Als wenn du mich hier siehst. Das kann natürlich auch sein, wenn ich hier gerade in der Kiste bin. Bist du hier in so einem Stand drin oder so? Warte mal. Bist du ein Block diesmal? Nee, ich bin diesmal kein Block. Ein Block bin ich diesmal nicht. Nein, nein, ein Block bin ich diesmal nicht. Okay, das heißt auch keine Blume. Also du bist kein Gegenstand, okay? Hm, Gegenstand nein. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Gegenstand bin. Hey, hier ist ne Biene. Ehrlich? Ey, die erntet einfach auf dem... Die erntet die Futter hier. Guck mal, nimm mal. Hä, als oft? Hä, als auf Bienen? Als wenn Bienen sowas essen hier. Hey, jetzt ist sie die Kartoffel. Die hat die aufgesammelt. Ich seh dich aber gar nicht. Ich seh dich aber gar nicht. Warte mal, hier hast du mich gesehen hier vorne? Hier? Ja, da sehe ich die. Gönn dir doch die Wassermalone, Kasper. Gönn dir doch die Wassermalone. Hä, wo bist du? Du bist das Schwein hier hinten, ne? Du bist hier hinten das Schwein. Ich weiß es. Quik, 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 quik. Au, au, hör auf mich zu schlagen. Hör auf mich zu schlagen. Ja, 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 als wenn ich da drauf reinfalle. Du bist das Schwein, das Schwein hier. Ja, mal gucken. Ah, ja, okay. Anscheinend auch nicht. Anscheinend auch nicht. Okay. Hey, Mr. Biene. Ja. Guck mal. Ey, die Biene ist bei dir, oder was? Ja, hier ist gerade so eine Biene. Die guckt mich genau an. Aua, hab ich nicht stechen hier. Hä, ehrlich? Die soll mal abhauen. Au, au, die schlicht mich. Ey, die hat die hier gestochen. Oh mein Gott, jetzt verfolgt die mich. Oh, ab hier. Oh Gott. Als ob die Biene nicht verfolgt. Ich muss schnell ein Haus. Warte mal, die können doch keine Türen öffnen. Ich gehe schnell ein Haus rein irgendwo. Hier, das hier. Ah, oh Gott. Hier bin ich sicher. Hier bin ich alles gut. Ah, oh mein Gott. Nein. Was ist das für eine Biene? Oh mein Gott. Die hat die Tür aufgemacht. Hä, jetzt auf. Was ist das für eine Biene? Hau auf. Ich hau die zurück. Ah. Ich hau die zurück. Oh. Hey. Was? Hey. Du warst die Biene? Äh, nein. Hä, wie hast du das denn gemacht? Ich habe so einen Zaubertrank mir geholt. Als wenn du die Biene warst. Ja, ja, ja. Okay. Mann, ey. Ich wollte dich ein bisschen pranken, muss ich sagen. Ich wollte ein bisschen pranken. Okay, weißt du was? Jetzt aber pass auf. Jetzt war ich komplett. Du wirst mich auf gar keinen Fall jetzt finden. Kassler, niemals. So wie die anderen drei Male, die ich dich auf gar keinen Fall gefunden habe. Ja, du wirst mich jetzt niemals finden. Du wirst es schon sehen. Okay, Leute. Diesmal, Alter. Was so krasses, Alter. Der wird mich niemals finden. Und zwar. Guck mal. Einmal ein Stein. Gott, dann kann ich hier durch. Ich bin zu dick. Warte so jetzt. Jetzt will ich mich ganz schnell noch verstecken, Leute. Ich bin schon versteckt, Kaspar. Ich weiß nicht. Hä, du bist ja versteckt? Aber ich bin versteckt. Ja, ja. Ich bin versteckt. So schnell auf einmal, oder was? Ja, ja. Ich bin so schnell versteckt. Jetzt kannst du mal. Du wirst auf jeden Fall sehen, wie schnell ich versteckt sein kann. Okay. Ich sag jetzt, du wirst mich niemals finden. Niemals wirst du mich finden, Kaspar. Sagst du? Okay. Ich will mich niemals finden. Wo bist du? Bist du hier einer dieser Villager? Ja. Du bist das hier. Ey, wie ich dich angucke. Bau doch mal die orange Wolle ab, wenn du willst. Ist doch auch nicht schlecht. Bist du so die Blumen hier? Die kleinen Gänseblümchen. Was ist denn, wenn du hier bist? Placier den doch. Ey, das Gänseblümchen. Was soll das denn? Du bist hier. Du bist der Villager hier, ne? Äh, ja. Äh. Aua. Dann bist du der hier. Dann bist du der hier. Aua. Auf mich. Ey, nicht zu viel hauen, ne? Sonst hast du gleich keine Versuche mehr. Okay. Aber es ist schon ein bisschen doof von dir, dass du gerade die Karotte, das Karottenfeld kaputt gemacht hast, ne? Äh, jetzt hast du mich eben gesehen. Also jetzt gerade siehst du mich nicht. Äh. Hör mal auf, du tanzt. Wir sind ja durch den Tanzduell. Okay, du siehst mich also. Ja, ich seh dich. Also die Aussicht von dem Haus hier oben, muss ich echt sagen, sieht richtig gut aus, ne? Das sieht richtig gut aus. Da oben, oder was? Ja. Okay, warte mal. Ich hab ne Frage. Bist du ein Lebewesen? Ja, ne? Ähm. Nein. Also. Du bist kein Lebewesen diesmal. Ich bin kein Lebewesen. Und. Ich gebe mir auf jeden Fall gleich einen Namen, aber wenn ich den Namen jetzt verraten würde, dann wüsstest du auf jeden Fall, was ich bin. Du hast gesagt, oben beim Haus. Bist du oben beim Haus gerade? Nein. Oh mein Gott, da wolltest du mich veräppeln. Okay, also das heißt, du bist hier unten. Jetzt kann es sein, dass du jetzt die Position wieder gewechselt hast, ne? Kann sein, ja. Ich seh dich jetzt gerade zum Beispiel nicht mehr. Nicht mehr. Kannst du die Häuser bitte in Ruhe lassen für den Abend, Willard-Jan? Die haben nichts getan. Ja, ich dachte, du siehst mich nicht mehr. Hä? Das ist ja wohl fällig gewesen. Also ich gebe dir einen Tipp. Ich gebe dir einen Tipp. Ich bin in der Nähe von Stein, das ist so mein... Aber hier ist halt viel Stein, ne? Hier ist überall Stein. Hier war ich ja schon mal eben. Also diese... Bist du in der Nähe von dieser Kirche hier? Ich bin jetzt gerade in der Kirche. Ja, ja. Was ich meinen. Ja, okay. Zwei Fenster oben, zwei Fenster unten. Bist du hier? Die zweite Etage sieht auch sehr gemütlich aus, wo du gerade bist, Kasper. Sieht auch sehr gemütlich aus, ne? Aha, okay. Kannst du auch mal das Glas kaputt machen? Das ist ganz schön... Als wenn du mich da siehst. Siehst du mich jetzt gerade auch? Und oben bitte nicht runterspringen, okay? Oben bitte nicht runterspringen. Okay, warte mal. Bist du hier irgendwo? Bist du hier auf diesen schwarzen Blöcken? Wieso bist du so still? Was? Was? Nein. Bist du so still gewesen, als ich da gerade runtergesprungen bin? Warte mal. Was? Was? Hä? Oh, nein. Stehen geblieben. Als wenn du da steigst, was bist. Verstehen. Oh, nein. Ja. Hey, yo. Ich hätte dich niemals dort gefunden. Ey, Mann, Alter. Aber weißt du was? Das war ein krasses Verstellen. Hast du mich jetzt trotzdem gefunden? Ich wusste, dass du beim zweiten Mal... Ich verrate mich selber das Problem. Ich hatte so eine Ahnung. Ich hatte so eine Ahnung. Aber ich wusste, es war schwer. Alles oder nichts. Wenn du mich jetzt nicht findest, dann kriegst du mein Haus. Wenn ich jetzt ungefunden bleibe, dann krieg ich da die Diamanten. Okay, okay, okay. Ich bin mal gespannt. Bis gleich. Safe. Ja, bis gleich. Okay, Leute. Jetzt habe ich so einen krassen Plan. Und zwar, es gibt nämlich so Sachen, die ich gerade eben gesehen habe, Leute. Und zwar nehme ich jetzt das hier, Leute. Oh, mein Gott. Ich bin einfach so eine Hake. Okay, das heißt, ich muss jetzt einmal ganzes Fliegen aktivieren. So, Fliegen aktivieren. Und jetzt kann ich. Okay, ich bin versteckt, Kaspar. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin versteckt. Ja, ich gucke hier gerade noch rum. Ich habe schon ein bisschen geluscht, als ob ich dich hier irgendwo schon rumgehen sehe. Aber anscheinend nicht. Keine Ahnung. Ja, okay, okay, okay. Du bist also schon versteckt, sagst du. Also, genau, ich bin versteckt. Check auf jeden Fall alles ab. Auch den Villager mit dem Creeper Cape und mit dem roten Hut und die Kisten mit dem Silber im Schloss und goldenem Schaden mit Schloss. Okay, das bist du nicht. Bist du das hier? Hier? Nee. Bist du ein Lebewesen? Lebewesen bin ich nicht. Nein, Lebewesen bin ich nicht. Hä? Hier in dem Haupt... Hä? Die Hake war doch wieder eben noch nicht, oder? Hier bin ich ja jetzt da lang gehangen, oder wie? Bist du in einem Haus gerade safe, oder? Ähm, ja, nein, 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 bin ich nicht. Ich bin nicht in einem Haus. Okay, du bist nicht in einem Haus und du bist kein Lebewesen. Nein, nein. Aber ich habe eine Idee hier oben. Ja, safe hier oben. Bist du auf dem Berg oben? Ja, ne? Nein, bin ich nicht. Auch nicht. Bin ich nicht, nein, ich bin nicht auf dem Berg. Du bist auch keiner von diesen Travelers. Also, ich sage auf jeden Fall so, du warst auf jeden Fall gerade schon in der Nähe. Du warst gerade schon sehr in der Nähe. Oh, okay, dann wieder zurück. Wie nahm? Also, sag mal so heiß und kalt. Hier ist es heiß wahrscheinlich, ne? Hier? Also, auch bei dem einen Haus eben war auch schon sehr nah dran, muss ich sagen. Das war gerade schon sehr nah dran. Hä? Wo ist denn die Hake? Hä? Ist sie jetzt hier reingegangen, oder was? Irgendwo? Hä? Jetzt kommt der Villager hinter mir her. Hier, hau mal ab, jeder. Ich sperre dich hier drin ein. Okay, ja, alles gut. Alles gut, Kasper. Alles gut. Hä? Bist du die Hake? Wie? Bist du die Hake irgendwo? Wo bist du denn? Ich bin nicht die Hake. Nein, bin ich nicht. Na gut, na gut, okay. Hier oben, dann twitter ich mal hier oben. Haha, ja, das macht so viel Spaß. Hä? Wo bist du denn? Ich bin hier nirgendwo. Nirgendwo bin ich. Siehst du mich jetzt gerade? Siehst du mich jetzt gerade? Ja, hör mal auf, jetzt hier am Brunnen da rumzulaufen. Ich seh dich doch jetzt gerade. Hier ist eine Tür aufgegangen. Hier, der Villager. Au, ab hier. Ja, der arme Villager. Ah! Oh mein Gott, ich seh dich! Nein! Oh, stehen geblieben! Nein! Stehen geblieben! Hä? Wo bist du? Wo bist du? Hä? Als wenn, wo bist du hinten? Ja, ich sag, du wirst dich niemals kriegen. Äh, glaub mir. Du kriegst mich niemals. Hey! Was? Ich hab dich da genau gesehen. Ey, Mann, was? Oh mein Gott, da warst du einfach die Hake. Nicht schlecht. Oh, warte. Okay, warte, dann komm mit. Sekunde. Okay, weißt du was? Hier. Was denn? Das ist mein, dein Haus jetzt. Ja, mein Haus. Ich geb dir deinen Schlüssel. Das ist mein neues Haus. Ja, mein neues Haus. Du musst auch schon den Schlüssel nehmen, ne? Du musst... Ja, ist ja gut, entspann dich. Ja, jetzt kannst du die Tür noch fahren zu deinem neuen Heim. Ich will den Sieg genießen. Das ist hier mein Triumph, ja? Ja, ja, dann mach ruhig die Tür auf, Kaspar. Aufmachen und... Oh Gott, wieder aufgelassen. Oh Gott, wir haben viel Spaß. Hau rein bis zum nächsten Heim im Sieg, Kaspar. Danke. Ciao, ciao. Ich werde auf jeden Fall jetzt suchen, meine Freunde, ne? Ihr seid hier anscheinend irgendwo... Ihr wirst uns vor allem nicht finden. Ihr seid hier irgendwo versteckt oder so, ne? Kaspar sind im Büro. Ich gar nicht. Hör auf. Das Problem ist grad nur... Das Problem ist grad nur... Hey, Bro, ich hab dich gar nicht verraten. Das hier alles... Das heißt, ihr könnt heute anscheinend Objekte sein, oder was? Wir können alles sein. Wir können wirklich alles versteckt sein. Ich würde auf alles rauffauen. Und du hast, glaube ich, auch ein paar Hilfsmittel, dass du schneller findest. Denn wir sind hier irgendwo im Büro. Versteckt. Aber natürlich nicht als Skin. Sondern als ein Gegenstand. Oh, du bist aber richtig groß hier, ne? Ist ja richtig groß hier. Du hast hier sogar so'n Anzug an. Hä? Oh, bist du... Da bist du locker. Oh mein Gott. Nein. Wie kann ich euch... Vorbeigelaufen? Am besten... Hä, die Boxen hier, oder so? Ne, die Boxen... Oha. Die Boxen kann ich nicht... Hä? Oh mein Gott, lauf! Nein, geht zu anderen rechtern. Geh, 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 geh. Ja, ja, warte, 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 warte. Darüber, warte. Warte, warum liegt ja eine Box in der Ecke? Hä? Siehst du ihn? Hä? Okay, wo könnte die denn sein jetzt gerade? Wo, auch die Boxen drauf, okay? Hä? Wir hätten da ein Taunt gemacht, wir hätten da Geräusche gemacht. Oh mein Gott, ja guck ruhig die Akten durch, Digga. Au! Hä, du hast Damage bekommen. Ich hab Leben verloren insgesamt. Okay, das Problem ist, wenn ich Leben verliere, das heißt, ich hab nicht so viele Chancen. Ach so, ah, du hast sozusagen nur so... Also du bist auf jeden Fall kalt, Bro. Du bist auf jeden Fall kalt. Hier bin ich kalt, okay. Dann wird's wärmer. Dann, wo solltest du wärmer werden? Da, wo du bist, bist du wärmer. Oh Gott. Lauf, 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 lauf! Hör auf! Oh, er guckt doch nur auf eine Wand, die ganze... Ja, ja. Oh, oh, da, ja, da ist ein Fotokopierer. Oh nein. Hä? Ja? Alter, geht's hier vorne raus, oder was? Ich denke, ich kenn die Map ja nicht, ich hab keine Ahnung, ist unmöglich. Ich kenn die ja nicht. Ich hab keine Ahnung, was hier sein könnt überhaupt. Ja! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Oh mein Gott, Digga! Du bist doch nicht durchgelaufen, Digga! Das ist ja unglaublich! Du sollst doch nicht durchgelaufen sein. Hier war keiner. Hier war keiner. Hier ist keiner. Ah, okay. Na dann. Wo bist du? Tschüss! Ah, er ist in dem Raum, er ist in dem Raum gerade. Ist er bei dir? Ah, lol. Ich glaube, er ist in dem Raum gerade. Er ist bei dir, er ist bei dir, er ist bei dir. Er ist in dem kleinen Raum, wo das Schild ist und sowas. Ach, ich muss die Maus benutzen, ah, ich muss die Maus benutzen, um euch quasi zu finden. Willkorn, direkt neben dir. Willkorn, direkt neben dir. Ja! Warum habt ihr denn jetzt gewonnen? Bro, wir waren das Schild neben dir. Wir waren das Schild neben dir. Wir waren das Schild neben dir. Schild. Und ich war die Box. Ich war die Box. Welche Schild denn? Welche Schild? Direkt neben dir. Bro, du hast auf diesen Wishmob draufgedrückt. Ich war rechts daneben. Ich war die Box. Ich wollte gerade darauf hauen, aber warum habt ihr denn jetzt gewonnen? Bro, ich war die Box. Ich war die Box. Ich hab nur zwei Versuche? Ich hab nur zwei Versuche? Echt? Nein. Ja, nur zwei Versuche. Das ist doch unmöglich. Okay, komm Willkorn. Wir gehen jetzt hier als Verstecker rein. Ich wollte doch mal zeigen, was ich war. Ich war der hier. Fünf Sekunden, habt ihr Zeit? Fünf Sekunden, habt ihr Zeit? Der goldene Maus rechtsklickt. Auf ein Item. Vier. Drei. Nee, fünf Sekunden. Komm, 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 komm. Drei. Wie geht das? Lechsame Sekunden. Passiert nix. Wie guck ich denn? Rechtsklick. Nur rechtsklicken. Nee, Sneak noch dabei, oder nicht? Okay, komm, komm, komm. Nee, Sneak nicht dabei. Und da bin ich. Wo seid ihr versteckt, hä? Wo seid ihr versteckt? Schnell. Hier, hier, hier ist gut. Okay, ja. Oh mein Gott. Ja, keine Chance. Ich kann mein Objekt nicht wechseln. Warum nicht? Was kannst du wechseln? Oh mein Gott, mein Objekt. Ich komme. Wo seid ihr, Jungs? Wo seid ihr? Ah, mit der goldenen Maus, mit der goldenen Maus raufklicken. Sieht man, wenn man sich bewegt? Eigentlich nicht. Ja, klar. Wie kann ich das sehen? Keiner hat sich von euch niemals bewegt bei mir. Ja, haben wir auch nicht. Hab ich auch nicht. Lass mal den Flur weiter. Lass mal in einen Raum zusammen. Hä? Was seid ihr denn? Ja, ja, komm rein. Hä? Okay, gut, okay, gut. Ich bin jetzt gerade drin. Aber das ist knapp, Digga. Es war so knapp, oh mein Gott. Hä, was war das? Ja, jetzt hast du nur noch eine Chance, Kollege. Hab ich echt? Oh. Tja. Was war das denn, Caspar? Hä? Wieso, was soll hier gewesen sein? Was ist denn da für ein Sound? Ich hab keinen Sound gehört. War hier ein Sound? Er hat echt Sounds deaktiviert. Ehrlich? Also echt taunte die ganze Zeit. Ich auch. Ey, mach mal an. Ich hab aber eben selber als ich selbst gemacht hab, hab ich auch gehört. Mach mal an. Mann, Caspar, geh doch mal weiter, oder? Oder je nachdem wie du möchtest. Ist so. Du bist ja auch schon vorbeigelaufen. Seid ihr in diesem Raum hier? Sagt mal ehrlich. Du meinst mit den Computern? Du meinst mit den Computern? Ja, mit den Computern, ja. Ich weiß nicht, ich spiel gerade G2 Crafted. Ich spiel auch gerade G2 Crafted. Mit dem roten G. Ja. Ja. Mit der Game 2. Was ist das hier? Hier seid! Wer von denen seid ihr, hä? Bist du das Schild? Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Wieso? Seid ihr nicht in diesem Raum? Ja, oh, also kälter. Oh, 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 oh. Düstert, düstert. Du bist älter. Ganz düstert. Dann seid ihr ja locker hier irgendwo drin. Nein. Ich kenne die Dinger ganz gut Papierkram, ja? Ja. Oh, es ist wieder so kalt bei mir. Sag mal noch mal das Papier. Sag mal noch mal das Papier nehmen hier auf. Hier war doch eben noch ein Schild. Sag mal noch das Papier nehmen hier auf. Bist du weggelaufen, Bro? Ah, jetzt hab ich was gehört. Übelst laut. Jetzt hab ich was gehört. Jetzt hab ich übel laut gehört. Nein. Leon, guck, dass du nicht wegrollst, ne? Ja, ich weiß. Wer seid ihr hier? Ah! Oh mein Gott! Ey! Sogar, willst du dir Pluspunkte verdienen? Ja. Dann sag mir mal, ob ich heiß oder kalt bin hier. Äh, ich weiß grad nicht, wo du bist. Ich spektate. Ah, du bist hier. Also ich sag, ich kann's dir so sagen. Ich geh mal zurück in den Flur und dann da. In den Flur? In den langen Flur hier. Lauf mal da. Hä? Hä? Wie warst du? Ich frag mich, was kann man alles werden? Das ist ja cool. Ich glaub, man kann alle. Oh mein Gott, Digga. Man kann ja alles werden. In meinem Freundeskreis bin ich der beste Sucher, damit du Bescheid fährst. Wirklich. Ah ja. Wirklich? Ah ja, 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 ja. Ich glaub doch von selber nicht. Ok, Eckstein, Eckstein, jeder soll versteckt sein. Wenn nicht, dann habt ihr es aber Schuld. Alter, der wird uns nie mehr zu finden. Guck das mal an, Caspar. Der wird niemals. Wo bist du denn? Niemals wird er das hier finden. Wieso? Geh doch zu den zwei Aktenschränken neben dir. Die auf sind. Das sind gar keine neben mir. Und du willst so... Natürlich. Hier sind welche. Wirst du nicht kaltes oder warmes Wasser? Das willst du dir. Kannst du dich nicht entscheiden? Ah, aua. Der hat wehgetan. Tja, das hat wehgetan, ne? Ja, okay. Das hat sehr doll wehgetan. Das ist in diesem Raum hier. Da sind drei Kartons. Waren da immer drei Kartons? Alter, siehst du mich gerade? Was mach ich gerade? Ähm, du... Digga, wie groß ist das noch? Dein Name war... Ich denk mal du sneakst. Du denkst... Okay, du siehst dich nicht. Also bist du hier. Iiiihihi. Iiiiiaaa. Vielleicht haben die dich auch gesehen. Iiiiiaaa. Gelogen. Du hast dich gesehen. Das war gerade richtig mit den zwei Akten... Mit den... Akten-Schränken. Ja, ich weiß. Also muss ich dir das eigentlich in dem Raum hier sehen, ne? Caspar, du siehst mich gar nicht? Nee, Bro. Ich weiß gar nicht. Da sind drei Boxen, du hast recht. Da sind drei Boxen. Das ist doch so riesig, Digga. Lass mal auf den Anfang bei diesem Büro... Statt einer Box. ...und so Hangar und sowas. Hä? Au! Aua, was soll das? Es hat irgendwas gebrochen. Geh nicht in diesen Raum mit dem Schild direkt vor dir. Hä? Okay, jetzt wird's frech. Okay, jetzt wird das frech. Iiiihihi. Ich will kaltes Wasser. Zack! Woher weißt du, dass hier ein Schild ist? Ah! Woher weißt du, dass wir auf der zweiten Etage sind? Er weiß es nicht. Oh mein Gott, Bro. Ich seh. Digga, geh doch mal ins Fenster wieder ran. Wie? Geh zurück in den Flur, Digga. Iiiihihi. 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 Guck, wie er Haut und Schaden kriegt, Digga. Guck, wie er Haut und Schaden kriegt, Digga. Guck, wie er aus den falschen Sachen. Oh mein Gott. Hier drin ist es sehr warm. Du gibst mir einen Tipp oder ich besiege dich hier. Das ist das Schild. Keiner von euch. Digga, das ist frech. Mann, Kaspar! Warum? Er lügt doch nicht! Oh mein Gott. Bro. Er haut dir alles jetzt gegen. Wie viel verbraucht man denn? Es war rausrasten, Digga. Es sagt gar keiner. Es war schon irgendeine Geräusche. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Mit Tausenden muss doch den Smiley gehen. Aber sie pass auf, da hast du den in der Hand. Dann hast du das auch in der Hand, ja? Ne, das sieht man nicht. Ahaha! Digga, du findest du hier nie! Wir sind in dem anderen Raum. Wir sind in dem anderen Raum. Hand weg, Hand weg. Du hast doch die goldene Maus in der Hand. Hat der echt? Hat der echt? Du hast gelogen, ne? Digga, lauf doch ruhig lang. Ja, geh ruhig in den Flur rein. Ja, und nach links weg. Ciao. Ahaha! Digga, wir waren schon in dem Raum eben. Nein! Hat der gar nicht! Natürlich! Wie sollt ihr das sonst sehen? Komm doch mal wieder in den Raum zurück. Gehen wir zurück. Moin, moin! Mal gucken, ob dir was auffällt. Mal gucken, ob dir da... Es haben sich Sachen verändert, würde ich mal so sagen. Guck mal, wie viel... Alter, der Karton war hier vorhin. Wie viele Boxen, wie viele Boxen... Guck mal, wie viele Boxen da... Der Karton war hier vorhin. Ey! Nein! Was? Wie konntest du dir das merken? Nee, du bist nicht. Ist so, Alter. Er hat nicht mal gesehen, dass da die anderen sind. Warte mal, warte mal, warte mal. Krass, Fahrer. Ja! Tja! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott! Ich war Bro, ich bin in deinen Raum gerade rein. Ich war der Stuhl hinter dir! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott! Tja! Egal, ich hab einen gefunden! Hey, jeder hat mich jetzt so einen gefunden. Kann das sein? Ja, ja, ja. Ich hab gar keinen gefunden. Okay, Leon hat gar keinen gefunden. Ich kenn jetzt die Map besser. Wir machen nur im Anfangsbereich, okay? Weil sonst ist es zu schwer. Ja, okay. Na gut. Okay, Jungs! Oh! Wo bist du Mökern? Siehst du mich? Ja! Wo seid ihr? Ich komme! Ich war ganz unzählig hier grad! Ähm... Ich verrate dir, wo Mökern ist! Ich sag dir, wo Mökern ist! Ähm... Wie? Ich sag dir, wo Mökern ist, Bro! Das ist ja wirklich... Ich seh doch sogar deinen Namen! Ich seh doch... Hä, wie du siehst meinen Namen? Du hast nicht gesneakt, du Anfänger! Er läuft weg! Er läuft weg! Ich lauf nicht weg! Ich sag dir, wo Mökern ist! Ich sag dir doch, wo Mökern ist! Hallo! Nein! Ich hol dich! Ich weiß gar nicht, wo ich bin! Ich hab mein Dings geswitcht! Ich sag dir, wo Mökern ist! Wo ist er? Da ist er! Ich sag's dir! Ich sag's dir! Hör doch auf! Hör doch auf! Ich bin gleich down! Ich sag dir, was Mökern ist. Mökern ist eine Box! Eine Box! Mökern ist eine Box! Das ist zwar ein 31iger, Bro! Hör auf doch, Digger! Der hat's dir sogar Dings! So unkorrekt! So! Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was könnte Mökern denn jetzt hier sein? Mann, ey! Bro, der Akku scheint der war voll blöd! Der war auch viel zu groß! Ja, hab ich denn jetzt schon... Ich hab mir nicht leben, Alter! Nee! Nee! Kalt! Kalt! Es war nicht ohne Grund, dass Kaspar sagt, ich weiß, wo Mökern ist! Ja! Ich hättest dir einfach korn können, hätte ich mich einfach am Leben gelassen, Digger! Aber du musst es ja! Du musst es ja! Du musst es ja! Ich kenn mich ja aus! Ich kenn mich ja aus! Hiiii! Ich weiß ja genau! Mein Gott, Digger! Das ist voll verwirrend, Alter! Ich seh deine Fußspuren auf! Oh mein Gott, Bro! Ich hab nicht gesneakt! Ich hab nicht gesneakt! Oh mein Gott, lauf! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ich halt ihn auf oder so! Oh mein Gott, ihr seid beide so einfach höre! Mein Gott, Mökern, Bro! Was war das für eine Runde, Digger? Ja! Was denn? Verwandle dich! Ja! Bleib so, bleib so, bleib so! Ey, weiß nicht was du bist, ey, weiß nicht was du bist! Bleib so, bleib so, bleib so! Erster! Erster! Lauf weiter, ja! Ja! Lauf da lang! Ja! 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 Oh mein Gott, Digger! Oh mein Gott, wie gut du dich verwandelt hast, Digger! Hä? Oh mein Gott! Ja! Ja! Ey, wo ist der? Welcher Raum ist der? Äh, ein weiter, ein weiter, ja! Okay! Oh mein Gott, Bro! Er ist so schlecht! Ähm... Ah! 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 Wo bist du denn? Ich hab keine Luft mehr! Ich hab keine Luft mehr! Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Das kann ich nicht glauben! Das ist ja gerade passiert! Ja, ja! Das kann ich nicht glauben! Wo ist denn der Stuhl? Also auf jeden Fall hier in dem Raum, wo du jetzt gerade bist! Ach du? Ach so! Ja! Na klar, der Stuhl! Nein! 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 Er sieht nicht gleich! Ah! Ja, ja! Mach mal den Sound! Mach mal den Sound! Mach mal den Sound! Soll ich? Stell! Ah! Komm! Vorsicht! Wo ist der? Wo ist der? Ich bin ein Raum auf jeden Fall davor! Ich bin so fair! Ein Raum hier also! Nein, nein, nein! In einem großen Raum! Ich bin in einem großen Raum! Wie in einem großen Raum? Der arme Dicker! Der hier oder was? Nein! Kalt! Okay! Okay! Ja! Lach nochmal! Lach nochmal! Nein! Das ist jetzt so auffällig! Nein! Mach das Soundeffekt! Real Talk! Ich guck gerade, aber ich finde dich nicht! Bro! Okay! Ich bin woanders! Ich bin in dem Raum, wo du die ganze Zeit warst! Hä? Das schenkt dir sofort! Geh da rein! Nein! Lass mich! Nimm den Automaten! Nimm den Automaten! Er folgt deinen Fußspuren, ne? Ja, ja! Er folgt deinen Fußspuren! Er ist so! Du hast eine riesenrunde bitte! Warte mal! Das ist doch jetzt verwirrend hier! Ey! Sag mal! Ah! Nein! Ja! Nein! Besser ist das auch! Einmal Papier auf dem Boden, Digga! Ich hab den Papier gehabt gewechselt! Was? Papier? Du hast einfach das Schild neben dem Papier gehauen! Du bist so aufgegriffen! Der wird auch mit drauf rumgeschoben! Du bist so aufgegriffen! Du hast gerne, dass mal Papier werden kann! Ja! Willkommen zurück zu Bad Rogue, Alter! Digga! Jetzt geht ab! Und heute! Gebe ich dir keine Chancen, ne? Bad Wars, Lucky Wars! Oh mein Gott! Ich hab direkt was richtig krasses bekommen! Ja, genau! Wir machen Bad Wars mit Lucky Blocks! Sie sind heute richtig krass! Ich hab die Karen! Ist die gut oder ist die schlecht? Oh mein Gott! Ich glaub die ist schlecht! Was hast du schon gemacht, hä? Was hast du schon geholt? Gar nichts! Ich baue mich noch nicht in die Mitte! Baust du die schon in die Mitte? Alter! Das ist hier eine Hexe! Du baust dich doch schon in die Mitte, oder nicht? Ich weiß wie vor der Rede! Digga! Die hab ich runtergeschubst! Ja! Für mich gibt's die Regenbogenblöcke in der Mitte! Nicht im Ernst, ey! Alle meins! Alle meins! Ey, sei froh ohne Witz! Seid froh, dass sie gekommen ist! So, ich schaff euch jetzt noch was krasses kurz! Boah, wie viele gibt's hier am Boden? Ja! Okay, es war nicht schlecht! So! Jetzt erstmal hier schön rübergegraben wieder! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Sooo! Du weißt ja gar nicht mehr, wo das Bett ist! Wieso? Du weißt ja gar nicht mehr, wo das Bett ist! Mal ganz kurz hier! Digga, du hast doch gar keine Ahnung, wo das Bett ist! Warte mal, was kann ich hier... Du hast doch gar keine Ahnung, wo das Bett ist! Oh mein Gott, Digga! Was hast du... Hast du... Nichts! Ich mach nichts! Wieso? Was hast du gemacht? Ich hol mir Lucky Blöcke, ich hol mir Lucky Blöcke! Jawoll! Und ich kann mir sogar einen Mystery Lucky Block holen! Ehrlich? Ich geh'n was krasses jetzt! Aus dem Crazy Lucky Block hier! Ich hol mir jetzt auch was krasses! Superspeed! Und Jump Boost 10! Wie Superspeed! Wohooo! Jetzt kommst du dir, Alter! Wenn du's so willst... Na! Wenn du's so willst... Brenn! Nichts! Nicht mit mir! Brenn! Dann gib mir die Dias übrigens, ne? Die ich hier hab! Kein Problem! Dann mach ich mal auf ganz entspannt erstmal nochmal... Alter! Du hast dir Dias geholt! Haha! Ich hab'n Geschenk! Eisen! Wie viel Eisen war's? Hau rein Bruder! Hey! Hey! Runter da! Hahaha! Runter da von dein Blöd! Was ist das? Ein Raumschiff? Das ist mein Flugzeug! Was für ein Flugzeug? Ja! Mach's dich kaputt! Ja! Da bist du gefangen! Da bist du gefangen! Ich hab'n Geschenk! Alter! Ja dann zeig' mal dein Geschenk! Alter, jetzt sind die Geschenke die ganze Zeit da drin! Okay, warte mal! Eiß ich dann ganz! Hahaha! Ja! Nein! Was? Was? Ich hab'n Diaschert gekauft! Ich hab'n Diaschert gekauft! No way, Digga! Danke für den Bogen! Ey, mach doch nicht diesen! Danke für das Schwert! Hast du meine Items bekommen? Ja natürlich! Hast du meine Items bekommen? Ja! Hör'n niemals! Doch natürlich! Ganz normal halt! Oh, danke für die Dias, die du mitgebracht hast! Das war ja... Ey, Digga! Ich wusste, dass du so Items bekommst direkt! Ha! Low Gravity! Was ist das denn? Ja! Jetzt komm ich wieder rüber! Nein! 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 Du bist nicht runtergefallen! Ich will runtergefallen! Ja! Ja! Jetzt hast du keine Chance mehr, Digga! Ich brauch' dein Bett ab! Ich hab' nur gar keine Ab! Jetzt brauch' ich dein Bett ab! Ich hab' nur gar keine Items! Ja! Ja! Ich sag' dir! Erste Runde geht an mich! Erster Punkt geht an dich! So! Kein Problem! Ich sag' dir! Neue Runde! So hier! Das ist wichtig! Ey! Ich krieg' direkt Zombie-Invasion, Digga! Was ist das denn? Alter! Ein Pilz? Ey Bro! Ey! Die Zombies sammeln mein Eisen auf! Ja! Wesser ist das! Oh mein Gott! Ich kombo die runter! Ich kombo die runter! Erster weg! Zack! Nächster weg! Du hast Zombies bei dir bekommen, oder was? Jaja! Voll blöd! Oh! Das bin ich ja sehr belastend, Alter! Bist du schon in der... So! Du baust dich schon in die Mitte! So! Hier kurz! Alle Lucky-Blöcke holen! Auf entspannen! Ja! Hey! Was machst du? Ich hab' T-T bekommen! Was hast du da gezogen? Oh mein Gott! You nuked everyone? Nuke? Hä? Oh nein! Du nuked? Steht hier... Nee, aber nicht bewusst! Oh mein Gott! Das ist so wichtig jetzt, was ich grad für Items hier wieder bekomme! Sag mal! Hau rein, Bro! Hau rein! Dein Bett ist... Sag mal! Dein Bett ist... Dein Bett ist mein! Niemals! Hör auf damit! Hey! Mein Auto! Nein! Mein Auto! Was? Was ist? Hä? Ich hab' gewonnen? Ne, ich hab' gewonnen! So steht 1-1! Ich sag dir best of five! So! Jetzt sind wir jetzt schön... Pass auf! Ich sag dir jetzt, es ist bisschen kälter! Oh! Wichtig! Oh mein Gott! Ey, Bro! Ich krieg schon wieder da Zombies! Ja! Digga! Was hab' ich denn für Pech, diese Runde, Alter! Sehr gut! Die sind auch an meiner Seite, Alter! Oh! Ich hab' ein Geschenk! Gold! Nein! Ganz viel Gold! Wieso kriegst du sowas? Ähm... Ich glaube, weil mich das Spiel mag! Denn ich du will nicht in die Mitte gehen! Mach's dir gleich! Digga! Ich sag dir mal eine Sache, Alter! Was denn? Ich will hier so viel in die Mitte, wie ich will! Was denn? Ich warne dich! Kaspar! Ich hol' dich! Ich hol' dich, Bro! Ich hab' ein krasses Schwerst gekriegt gerade aus'n Block! Ah! Nein, Digga! Was ist das denn? So! Ich hab' mir die Aschett extra gekauft! Nein! Besser ist das jetzt ja auch! Ich hab' dir gesagt, komm lieber nicht rüber! Ich hab' dich gewarnt! Ja, 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 ja! Ist ja gut! Ist ja gut! Ja! Zack! 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 Ey! Hahaha! Du hast nicht das Flugzeug! Ich hab' dich da eben schon so ein bisschen rumfliegen sehen! Ey! Was hab' ich denn? Oh mein Gott! Du hast meinen Knockback-Stick ja nicht eingesammelt! Oh! Jawohl! Korrekt, Digga! Und das ganze Gold auch nicht, was ich gedroppt hab! Ja, Mann! Du hast es nicht gesehen! Hä? Wie hast du nicht gesehen? Ey! Du hast mein Bett kaputt gemacht! Hahaha! Ja! Hab' ich auch! Ich merke mir das, Alter! Hab' ich auch! So! Also ich sag' dir, das wirst du absolut bereuen jetzt, dass du es gerade gemacht hast! Digga! Ich sag' dir mal eine Sache! Mich kriegst du hier drüben! Niemals wird gekriegt! Ich bin halt jetzt ein Grüner! Ist mir egal! Aber sag' dir! Was wirst du jetzt ein Grüner? Ja! Okay! Was du gerade gemacht hast, das wirst du absolut bereuen! Also wirklich! Ich schufe mir erstmal hier ein Mystery-Lucky-Bock, weil ich ja so viele Diamanten habe! Absolut, absolut bereuen hier! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist ja richtig krass! Hab' ich gar nicht gesehen! Was hast du? Ha! Was hast du? Hm? Was hast du da gekriegt, hä? Der Hammer! Hast du den Hammer gesehen, oder was? Ja! Ah! Oh Gott! Ich muss mir ne... Hey! Ja! Hey Digga! Was ist das denn? Hahaha! Oh! Hör doch mal auf! Oh! Oh! Hör auf! Oh! Was ist das denn? Schon mal zwei Punkte! Mein Bett war doch noch da, Digga! Haha! Mein Bett war noch da! Digga! Ich hatte noch ne Ender-Perle! Ich wollte mich grad in die Mitte werfen! Das Ding ist, es sind schon zwei Runden jetzt noch nicht gegangen von den fünf Runden. Äh, von den Dings, ne? Jetzt gewinnt du auch die nächste, Alter! Dann hast du keine Chance! Niemals, Alter! Ich hatte echt gute items gerade bekommen! Oh! Guter Start! Oh! Sehr guter Start! Sehr guter Start! Du baust dich doch rüber gerade! Ne, du dich? Nein! Na dann ist er gut! Sooo! Hahaha! Mit der heißen Kartoffel, Digga! Haha! Ich hab absolut super Speed gerade und super Boost auch! Eldin Invasion, nein! Nein! Ey, das darf nicht wahr sein! Hau ab! Hau ab! Halt Abstand! Ich hab ein Diamantschwert! Nein, Digga! Das kannst du nicht überleben die ganze Zeit! Ich hab dich gewarnt! Ich hab dich gewarnt! Nein! Ja! Das darf nicht wahr sein! Ja! Bist du runtergefallen, oder? Ich bin runtergefallen! Ich bin runtergefallen! Wie schlecht bist du? Wie schlecht bist du? Wie schlecht bist du? Das war echt sehr, sehr schlecht, muss ich sagen! Hau ab! Ey! Hör auf, ey! Hahaha! Ja, was ist los? Hör auf! Digga! Digga, du willst es wissen, Alter! Ich mach hier eine ganz schnelle Nummer! Ich hab die erschwert, ne? Ich mach hier eine ganz schnelle Nummer aus dir! Ich hab die erschwert, ne? Ich mach hier eine ganz schnelle Nummer aus dir! Hahaha! Hahaha! Nein! Was ist das? Rückzug! Rückzug! Die sollen dich angreifen! Au! Ja! Bro! Ja! Bro! Nein! Digga! Was ist das? Ja! Es ist immer ganz ohne Spaß! Ja! Sehr gut! Das war so gut gerade! Das war so gut! Okay! Hier ein paar Lucky Blöcke! Oh mein Gott! Wichtig! Hast du krasse Lucky Blöcke oder was? Oh mein Gott! Alter! Richtig viel jetzt hier hat er noch bekommen, ne? Richtig viel jetzt hier! Mit deinem blöden Flugzeug! Ey! Abstand! 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 Ich hab die erschwert! Ich würde wenn ich du... Abstand! Nein! Ja! Du brennst! Au! Au! Ja! 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 Hey! Ja! Gewonnen! Ey! Okay! Ey! Mein Flugzeug ist auf einmal kaputt gegangen, Alter! Keine Chance hast du! 2-2, Digga! Oh mein Gott! Das ist wichtig! Was hast du? Was hast du? Das ist sehr wichtig! Das ist sehr sehr wichtig, was ich gerade bekommen habe! Bitte! Bitte! Ey Mann! Gönn doch! Wie nehme ich denn die Hose? Das ist so wichtig jetzt hier gerade! Komm! Hier alles mitnehmen! Ja! 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 Was hast du denn? Ja! Und den auch noch! Den auch noch jetzt hier! Ja! Nein! Verdammt! Du bist schon in der Mitte? Ja! Oh! Wie schnell bist du in die Mitte? Tja! Ich habe wohl ein Auto bekommen oder so! Kante! Nein! No way! Nee! Oh mein Gott! Habe ich den Sprung? Ja! Oh mein Gott! Das ist close, Alter! Aber nach Hause komme ich nicht mehr! Ein Lucky Block! Bitte! Nein! Ich habe einen Lucky Block kaputt gemacht mit dem Auto! Das darf nicht wahr sein! Ey! Du hast doch auf deiner eigenen Insel noch einen Lucky Block übersehen! Hallo! Abstand! Ich mache deine Band noch nicht kaputt! Ich bin korrekt! Abstand! Ich bin korrekt! Okay! Ich habe gesagt Abstand! Wenn du nicht hören willst, musst du fühlen! Ist mir egal! Wenn du nicht hören willst! Muss ich das?! Muss ich das?! Muss ich das?! Nein! Muss ich das?! Nein! Ja! Sponchrap! Greif ihn an! Greif ihn an! Nein! Die Zombies! Halbes Herz! Ich hatte ein halbes Herz! Ich habe auch ein halbes Herz! Ey! Du hast mir meine Sache geklaut! Jawoll! Und die Dias gehören mir! Ich hätte was kaufen sollen! Ich habe mir nichts gekauft! Sehr gut! Der erste Zombie ist weg! Es gibt jetzt hier Rache! Es gibt hier Rache! Fleisch! Jawoll! Ich würde ganz schnell woanders hinfahren! Okay! Okay! Sagst du, da chillt es dich gut? Das glaube ich nicht, Digga! Nein! Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Zombies! Ja! Dann kam er, Digga! Das sind wir die Besten! Dann hat ein Dias Schwert! Dann hat ein Dias Schwert! Dann würde ich den runter boxen mit einer krassen Kombo! Die habe ich aber nicht, leider! So! Ich habe einen Pilz! Essen! Au! Ja! Die krasse Kombo! Wichtig! 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 Oh mein Gott! Ich habe mir so eine Kombo gedrückt jetzt gerade! So! Ich habe bloß Abstand! Hey! Oh nein, Digga! Glaub ich jetzt nicht, Alter! Wir sehen uns auf der anderen Seite! Nein! Oh mein Gott, Digga! Wie viel Schaden macht das! Komm schon! Ja! Dein Auto ist mein! Dein Auto ist mein! Oh mein Gott, Digga! Jawoll! Ich kill dein Auto! So! Erstmal damit ich eine 1 hat! So! Jetzt hier! Ja! Ja! Was ist? Ha! Was hast du gemacht? Nein! No way! Du hast nicht ein neues bekommen, Digga! Ich habe ein neues Auto bekommen! Sag mal! Dein Auto ist mein! Hä? Hey! Das ist nicht dein Ernst, Alter! Ich habe keine Pfeile mehr! Ich brauche einen krassen Bogen jetzt! Du hast hier Dias gedroppt in der Ecke! Ich kann es nicht glauben, Alter! Was habe ich gemacht? Du siehst die nicht? Da waren Dias in der Ecke bei dir! Nee! Das war noch von, weil ich draufgegangen bin oder so! Achso! 4 Mystery Lucky Blöcke! Alien Invasion! So! Jetzt gibt es aber Rache jetzt hier! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Was ist das denn? Aua! Was kriege ich hier gerade ab? Da bist du! Oh mein Gott, Digga! Abstand! Ich habe fast 1 Stack Lucky Blöcke! Ey und ich kriege hier wieder Alien raus! 1 Stack Lucky Blöcke? Ja man! Ich habe richtig krass viel! So! Okay! Das habe ich jetzt gerade! So! Hier kurz! Ja! Richtig! Ey Brüte! Ey Bro! Nein! Bist du geniucht oder was? Mein Auto! Bist du draufgegangen? Nein, nein! Alles gut! Alles gut! Wenn ich draufgehe, ist die Runde vorbei glaube ich! Da baut er sein Bett ein! Diesmal war ich es halt! Oh mein Gott! Alter! Alter! Ey hör mal auf! Hör doch auf! Oh! Digga! Welcher Mensch spielt so? Ich habe neue Rüstung! Ich habe neue Rüstung! Wie cool! Ey Digga! Digga! Wie kann das denn so? Warte! Den Dialog nochmal runterwerfen! Zack! Digga! Wer ist so? Wer spielt so? Und dann jetzt hauptsache den Bogen rausholen ne? Und jetzt hauptsache den Bogen rausholen Digga! Oh nein! Das darf nicht sein! Du bist aber von alleine! Oh mein Gott! Das waren 14 Diamanten! 14! Mann Alter! Ah! Mich würde es ja gerade nerven du zu sein! Mann! Jetzt habe ich gar nichts mehr! Das würde mir gerade ganz doll stinken! Oh nein! Alien-Immerson schon wieder! Oh! Noch einen! Okay! Na wo bist du so still? Aha! Angriff! Offensive! Ey Bro! Ich habe ein Herz! Hör doch auf! Ey Bro! Mann Alter! Das hier ist jetzt die entscheidende Runde Kaspar! Ich bin gespannt! Ich bin gespannt! Oh! Geht gut los bei mir! Geht gut los bei mir! Bei mir geht auch richtig gut los! Extrem gut! Oh mein Gott! Man kann es auch so machen! Du baust dich rüber! Ich hör das! Ich weiß nicht wovon du redest! Digga! Da baut er sich schon rüber! Weißt du! Ey! Es gibt die Leute die direkt in die Mitte gehen Digga! Was soll das denn werden? Ey! Ich seh dich doch! Jeder gleich viel! Sag... Oh nein! Low gravity! Jeder gleich viel! Ja! 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 Ich hab ein bisschen Bogen bekommen! Das ist so unfair! Ja! Ja! Das ist so unfair! Ja! Und die Low Gravity kommt mir zugute! Jawoll! Ey das ist so frech! Egal! Egal! Ich hab ein paar gute Sachen jetzt gerade bekommen! Ich bin zufrieden! Ja! Ich baue erstmal dein Bett ab jetzt! Ich wollte es nur mal ansprechen! Viel Erfolg dabei auf jeden Fall! Viel Erfolg! Hä! Hä! Du bist ja blöd Digga! Hier ist ja noch ein Ding! Hier ist ja noch ein Regenbogenblock! Ja! Ey ne ne! Oh ja! Ich sag's dir! Ich sag's dir! Ich sag's dir! Boah hier oben ist ja auch noch einer! Nein! Weg mit euch! Was war da? Was war da? Was war da? Da war auch noch ein Lucky Block! Bist du bei grün? Oder wo bist du? Die Offensive! Okay! Komm her! Komm du da! Zeig dich! Trau dich! Pau du dich doch mal! So! Hier müssen wir's kaufen jetzt! Hier ist sogar noch ein Lucky Block für mich! Auf ganz direkt! Danke! Das kann ich nicht glauben! Ja! Das darf nicht wahr sein Alter! Jawoll! Das darf nicht wahr sein Alter! Das darf nicht wahr sein! Bist du ausgestiegen oder was hast du gemacht? Außersehen! Egal! Ich hab mein Flugzeug immer noch! Dass ich das nicht überlebt! Ja stimmt! Das Flugzeug hat überlebt! Ich weiß, dass es so viele Diamanten gerade sind in der Mitte! Das ist ne Falle! Das ist ne Falle! Nicht für mir! Ich weiß, dass da ganz ganz viele Diamanten gerade in der Mitte sind Digga! Wenn ich die wäre, würde ich die mal öffnen! Ich öffne gerade erstmal ganz ganz die Lucky Blöcke! Ja ja! Mach doch mal! Oh mein Gott! Das sind so viele gerade! Alter! Aua! Brenn du Flugzeug! Tja! Nicht mein Flugzeug! Oh mein Gott Digga! Das war gut ich! Kann ich dich auch machen! Wieso? Was für Mystery Lucky Blöcke! Geh mal weg hier du! Geh mal weg hier du Auge! Wovon redest du? Ich bin auf meiner Base du! Zombie Auge! Wo ist mein Flugzeug? Machen wir mal deine Dinger ab! Wie? Wo ist mein Flugzeug? Wo ist mein Flugzeug? Das ist weg! Das ist weg! Das hast du gewacht! Das hat leider dran geglaubt Bro! Ich wollte es dir ja nicht sagen eigentlich! Aber das ist leider Schrott! Wenn ich du wäre, würde ich echt weggehen Digga! Wenn ich du... Da ist meine Zombie Armee Digga! Die sind direkt sauer auf dich! Geh mal in die Mitte Digga! Da wartet richtig viel Spaß auf dich! Hey! Da ist eine Diabrus Platte! Und die kann ich nicht einsammeln, weil die Zombies kommen! Tja! Das ist nicht mein Problem! Jetzt Attacke! Weck! Ey was machst du da? Ich muss weg Digga! Die Diabrus Platte! Danke! Nein! 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 Ich muss das nicht sagen! Die kriegst du nicht! Habe ich schon eingesammelt! Hast du schon! Bro! Ich krieg dir immer nie eingesammelt die Sachen! Bist du bei deiner Base? Alter! Oder wo bist du? Oh mein Gott! Hey Digga! Oh mein Gott! Man brech die ganze Zeit! Dein blöder Brennpfeil! Oh Gott! Jawoll! Hast du auch? Hast du auch! Ja! Ich hab keinen Brennpfeil! Wichtiger Hit! Ja! Tommys geh weg! Ja! 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 Holt ihn! Wenn er still ist! Nein! Oh mein Gott Digga! Ich hatte ein Herz! Ja! 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 Wie war das? Das glaube ich als nicht! Oh mein Gott Digga! Das war die Rettung in letzter Sekunde! Wie viel Leben hast du noch? Das glaube ich als nicht! Wie viel Leben hast du noch? Ich hab noch voll! Du bist noch full?! Digga! Was? Ich kann hier keine Block abbauen! Ich bin jetzt in der Hütte gefangen! Ja! 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 Du musst da chillen! Du musst da chillen! Okay! Okay! Nö Digga! Auf den Spaß hast du mich gar nicht erst ein! Ey ohne Witz! Was mach ich denn jetzt am besten? Ich kann nichts machen! Du musst mir schon helfen! Du musst da deine Diamanten fahren, damit ich dich dann killen kann! Wenn ich dich jetzt killen darf, dann darfst du da bleiben! Alter! Zeig dich da! Ich kann nichts machen hier! Hallo! Ich bin hier eingesperrt jetzt! Na gut! Na gut! Na gut! Ich komm! Ich bring dir Blöcke, okay? Ja! Digga! Ey Bro! Wer spielt so Digga? Ey stopp! Stopp! Nicht! Nicht! Ja Digga! Jetzt war es dein Leben! Das ist ein Toro! Nein! Nein! Wie hab ich das denn geschafft? Ey Bro! Vor allem bin ich bei grün respawned! Warum kann ich nichts abbauen? Das ist... Digga! Wie viele Ärzte hattest du noch? Nicht mehr so viele! Gib mich aber nicht! Gib jetzt! Gib her! Ja hier! Okay reicht! Digga! Du wolltest schon wieder mich killen ehrlich! Nein! Weißt du wo du redest! Digga! Ich hab einfach das blaue Bett eingebaut, aber bin ich gar nicht blau! Digga! Wie schlecht! Alter! Wie viel! Okay jetzt! Und eine Sache! Ja was dann? Was hast du gemacht, hä? Gar nichts! Ich hol mir jetzt erstmal ein paar Lucky Blöcke! So! Verdammt! Zack, 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 zack! Zack, 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 zack! Oh mein Gott! Was? Geht hier ab auf einmal? Ja, Alter! Ich bin echt voll dir, Alter! Ey! Sag mal! Wo hast du den Bogen jetzt her? Das ist so frech! Das ist so frech! Was? Wie viel hast du da? Wie viel Goldöffel steckst du dir da rein, hä? Du kannst doch nicht ewig hinterbleiben! Natürlich! Oh mein Gott Digga! Der zieht auch einfach vier Herzen ab! Jaja! Da wieder hat sie! Geh ich mal zu einer anderen... Digga! Mach dich mal nicht unbeliebt hier! Mach dich mal nicht unbeliebt! Ich weiß nicht, wovon du redest! Keine Ahnung! So! Sag mal! Was? Das kann nicht! Bro, das glaube ich jetzt nicht, dass du es gerade gemacht hast! Das nehme ich dir wohl über... Oder übel... Krumm! Ja! Ja! Du triffst doch nicht mal! Komm schon! Du triffst doch nicht mal! Ja! 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 Ich hätte 5 Wenderperlen noch! Ja! Mann! Okay! Du hast gewonnen heute! Verdammt! Was geht da hinten ab, Alter? Was hast du denn für eine Rüstung? Eine Lederrüstung oder was? Wir machen heute die krassesten Battle der Welt gegeneinander. Wir machen heute ein Lucky Bow Battle. Das heißt, wir haben hier heute Schwerter und Bögen. Au, auf der mich, Kollege. Wollen wir mal gucken, was kriege ich in den Lucky Blöcken? Uh, neue Rüstung auf jeden Fall. Neue Rüstung. Okay, warte mal, hier steht ein Schild dran. Ein B. Okay, was heißt das? Au, bro, was war da jetzt drin? Warte, ich mach den nächsten Lucky Block auf. Was ist da? Ey, das hab ich doch schon... Oh, Alter! Wo bist du, wo bist du? Weg! Ich bin weg, nee! Okay, warte, also. Oh, ich kriege noch Pfeile raus aus meinem. Ich kriege auch Pfeile raus aus meinem. Oh, ja, auch Pfeile. Woppa! Au! Oh mein Gott. Zack! Ha, 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 ha! Oh, warte mal, was steht da? Die Border schrumpft! Wie, die Border schrumpft? Die Welt wird immer kleiner. Die ganze Zeit. Als ob. Als ob. Wir haben auch heute drei verschiedene Karten. Wir haben heute drei verschiedene Karten. Ja, ja, das wird sehr, sehr wild werden. Ich bin mal gespannt. Ich mach mal den nächsten Lucky Block auf. Mach doch! Aha, du gehst... Ey, ich kriege nur Pfeile raus, bro. Was ist das denn? Bam! Au! Nur Pfeile... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga! Ich hab zwei Herzen, Digga! Komm mal ab! Als ob! Oh ja, das ist schon besser, als gerade die Hose, ich hier bekommen hab. Oh, das ist ein Versch... Aua! Den kriegst du nicht! Ey! Nein! Den kriegst du nicht! Ah! Ja! Oh Gott. Jetzt gibt's Ärger. Jetzt gibt's Ärger oder was? Jetzt gibt's Ärger. Ah! Ah! Nein! Nein! Ach, Leute, wir können uns doch equippen! Wie equippen? Loool! Guck, wir kommen hier gar nicht rüber. Und das öffnet sich gleich und dann fighten wir. Ah! Aber wir können ja trotzdem zwischendrin fighten und die Rüstung kaputt machen. Das ist halt das gute Ding. Ja! Au! Das! Komm. Oh, ich hab... Hast du auch Fleisch bekommen eben? Äh... Ich bekomm nicht mal eine krasse Rüstung, Digga. Ich will jetzt mal was krasses haben. Ich hab jetzt schon echt gute Rüstung jetzt hier bekommen. Au! Au! Ey, warum treff ich dich nicht, Alter? Digga, hau mal ab hier! Ja, der saß. Der hat gesessen. Die sitzen... Ja! Ja! Ha! Was? Wie hast du mich denn da getroffen, Alter? Als ob du geholt wurdest. Oh mein Gott! Wie hast du mich denn da getroffen grad? Was? Hä? Ich war doch versteckt hinterm Stein! Okay, lass uns die nächste Karte nehmen. Die nächste Karte. Diese hier, diese hier. Und dann geht's ins rote Team. Ey, wie hast du denn da sitzt grad? Blau, so und... Digga, ich sag dir mal eine Sache. Jetzt hast du mal gar keine Chance. Also das Bette war ja grad richtig einfach, Freunde, muss ich sagen. Okay, es geht jetzt hier zu... Ah, bis jetzt! Ja, guck mal, die Runde startet jetzt schon. Das ist dir bewusst, ne? So, jetzt schon viel besser. Oh Gott, jetzt mal wieder auslusten. Komm ab, ja! Was willst du, Alter? Also 1-0 für mich, ne, wollte ich nur so gesagt. 1-0 für dich? Ich mach direkt mal den ersten Lucky Block. Auf und Glück, komm, feine. Ich auch. Komm, was... Au, ey! Was steht da? Was ist los? Was stand da? Was stand da? Da stand irgendwas. Alter! Oh mein Gott! Das schnellste 2-1-1-2 nicht! Wie, was hast du? Kannst du schnell schießen? Nein! Wie, ich kann schnell schießen. Ich bin einfach nur ein Bogenproben-Pro. Ah, wie schlecht bist du! Aua! Wie schlecht bist du! Hey! Dinger, wie schlecht bist du! Alter, hör mal auf jetzt! Ich rösch dir nicht mehr. Ich mach hier oben mal einen Lucky Block auf. Ich weiß nicht, wie du eben gestorben bist, ne? Wie man hier sterben konnte, weil ich hab schon wieder früher... Ich glaube, der Pfeil ist runtergefallen. Ich glaube, der ist runtergefallen. Alter! Oh mein Gott! Sex Herbst hast du mir direkt abgezogen. Ja, weil ich einfach... Ich ziel auch genau zu guten Orten hin, weißt du? Ist ja das Gute. Uuuhuhuhu! Komm her! Trau dich raus! Uua! Oh nein! Oh nein! Oh ja! Okay... Bro, wie kannst du mich da durch, ey? Das ist ja auch die graue Miete drin. Hä? Was machst du hier bei mir? Hä? Ich wollte hier beend. Oh Gott, das Ding. Okay, die Lucky Blöcke werden immer krasser anscheinend. Warum bist du auf meiner Seite jetzt? Ja, ich glaube, ich gehe mal ganz kurz rüber hier zu mir. Hau ab! Hau du ab! Hör auf! Hau ab! Hau auf jetzt. Ja, ich muss jetzt mal wieder rüberkommen, Digga. Ja, geh mal rüber jetzt zu dir. Mach ich, Alter. Was machst du da? Gar nichts. Hey, alles gut. Alles gut, Alter. Hau ab jetzt. Geh rüber. Hau auf, ich bin rüber. Ja, ich schaffe den Sprung nicht. Ja, bau was ab oder so. Aber du musst dich schlagen in der Luft, sonst komm ich nicht rüber. Man kann nichts abbauen. Du musst dich hauen in der Luft. Ja! Danke, danke. Was ist 2R? Genug Lucky Blöcke, um hier aufzumachen. Was ist 2R? Was steht da? Oder 1R? Was bedeutet das? Ich glaube, damit sind die Lucky Blöcke gemeint, oder? Ah! Ah! Oh mein Gott, Digga. Der Ausweich-Profi, Bro! Der Ausweich-Profi! Hä, ich hab dich voll getroffen, Alter. Hier, guck mal, wieder. Was für wieder, Digga? Nicht einmal! Warte, zack! Direkt gesessen, Alter. Na ja, na ja, aber auch nicht so krass. Ja, bist du sicher? PAN! Alter, wie ich die treffe. Aber warum krieg ich denn keine Lucky Blöcke jetzt hier gerade? Also keine guten. Ich bekomme auf jeden Fallen. Oh mein Gott, die viele Pfeile sind da. Da, 3R! Ah, die werden immer besser. Ja, okay. Ach, lol! Ach, lol! Das heißt, je öfter du die aufmachst, desto besser werden die. Das heißt, du musst die ganze nur zwischen den Lucky Blöcke hinlaufen. Das ist doch 1R, das sind die schlechtesten. Ach so, so funktioniert das. Ja. Ja. Ah! Hau ab jetzt! Lass dich bloß in Ruhe, Alter! Aua! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo bist du? Oh, das Deathmatch statt in 10 Sekunden. Oh mein Gott! Hau ab! Hau du ab! Hau ab! Lass mich! Hau du ab! Lass mich! Geh weg! Jetzt ist die Border weg! Nein! Die Border ist weg! Lass mich in Ruhe! Aua! Ah! Hilfe! Oh Gott! Trau dich! Trau dich! Okay, nur mit Schwert! Nur mit Schwert! Nein, nein, nein! Das ist ein Lucky Bow Battle! Oh mein Gott! Alter, was für Lucky Bow, Bro! Oh mein Gott, nimm dich auseinander! Nimm dich auseinander! Oh! Oh! Komm her! Okay! Ah! Ah! Kombo-Bombo! Kombo-Bombo! Kombo! Au! Kombo! Ah! Ich bin hier drüben, Kollege! Ich würde diesmal ein bisschen die Pfeile auf jeden Fall aufsparen! Ja, ich würde auf jeden Fall auch die Lucky Bow jetzt die ganze Zeit öffnen! Weil je mehr wir öffnen, desto höher ist quasi das Rating von denen! Ich weiß, umso krasser werden die auch! So, komm schon! Ich brauche jetzt, deswegen alle erstmal langsam aber sicher aufsammeln! Danke übrigens für die Pfeile, die du mir eben geschenkt hast, ne? Vielen Dank! Ja! Kein Problem, da liegt noch ein Pfeil, wenn du den haben möchtest! Oh mein Gott, ich hab' was bekommen, was ich eben noch nicht bekommen hatte! Wieso, was hast du bekommen? Ein Goldapfel! Nein, nein, nein! Doch, doch! Nein, du hast keinen Goldapfel bekommen, Digga! Hey, guck, guck, guck! Hier! Ja, jetzt werden, Digga! Hi! Lol! Hä, wie ist das denn so schnell schon einen Goldapfel bekommen? Ah! Ach da! Lass mich in Ruhe! Oh, du triffst mich nicht! Ich weiß auch nicht warum! Vielleicht sind die hier ein bisschen besser! Digga, ich bekomme keinen Goldapfel! Was ist denn das? Mann, ey, ich treff dich nicht, Alter! Ey, meine Ausrüstung ist jetzt schon nicht schlecht, muss ich sagen! Ich bin full Kettenrüstung, und du? Full? Ich noch nicht ganz, ich noch nicht ganz! So, ich bin voll Kettenrüstung jetzt auch! Cool, wär so Eisenrüstung! Hast du einen Helm auch? Ja! Oh, da oben ist ein Helm! Ja, warte! Weg, weg, weg! Ne, Helm hab' ich jetzt auch, ich bin auch full Kettenrüstung jetzt! Ah! Ja! Na ja, na ja, okay, okay, okay! Ich seh schon, wo du hin willst! Du willst auf jeden Fall aufs Auge! Du willst aufs Auge! Aua! Aua! Nix da, Alter! So, warte mal, hier ein bisschen Pfeile sammeln, ne? Alles entspannt! Uuuuuh! Tja, nicht getroffen! Wie viele Pfeile hast du jetzt? Wie viele Pfeile hast du jetzt? 28! 28! 28! So viele! Ja, hä, du nicht? Nein, Digga, ich hab' jetzt 12 Pfeile! Boah, du hast nur 12, was warst du die ganze Zeit? Ja, ich schieß halt die ganze Zeit mit dem Bogen rum! Du merkst das schon! Hey! Hey, ich seh, dass du guckst mit deinem Ding da! Das war nicht viel, aber jetzt riecht die ganze nur Kettenrüstung, ob ich die schon hab! Oh mein Gott! Was hast du bekommen? Gar nichts, alles gut! Was hast du bekommen? Ein Eisenschwert! Was? Nein, man scherzt, ich hab' aber auch einen Goldapfel bekommen, immerhin! Als ob! Eben hatte ich einen Steinschwert mal bekommen! Echt? Ja, du jetzt auch! Ja, ja! Steinschwert? Das wär' sehr schlapp! Au! Hör mal auf! Du willst also wirklich stressen? Digga! Ja, komm her, Alter! Du willst wirklich noch auf die Augen! Du willst langsam! Wuppa! Den holst du dir nicht! Ah! Ah! Hm, 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 hm! Okay, 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 ich muss noch kurz was tun! Ah! Okay, kein Problem, kein Problem! So, wir stellen uns ein paar neue Lucky Blöcke hier! Denn gleich geht die Border weg! Under the Dome ist dann vorbei! Denk auch dran, dass dein Bogen nicht ganz so viel Leben hat! Vielleicht solltest du da mal ein bisschen raushalten! Ja, alles gut. Der hält noch ein bisschen was aus hier. Ey, du hast noch einen Goldapfel. Was? 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 Hast du das bekommen? Oh mein Gott, da war nicht nur einer, da waren einfach zwei Stück in einen. Was? Ich habe drei Goldapfel jetzt. Ey, mein Lucky Lock ist außerhalb der Border. Ja, weiter auf. Kannst du trotzdem aufmachen. Alter, das kann nicht sein. Und nochmal einen Goldapfel. Nein, du prankst. Bro, gegen mich hast du ja gar keine Chance. Ich habe ein neues Schwert. Was für eins? Ein Steinschwert. Ey, Mann, Alter, die Border ist so klein jetzt. Ich kann gefühlt nur noch einen Lucky Block aufmachen. Ich auch. So, jetzt aber. Komm her jetzt. Oh mein Gott, ein Eisen oder? War das nicht? Oh mein Gott, Deathmatch startet schon, ne? Als ob, als ob. Deathmatch startet schon. Okay, okay. Wenn das so ist. Deathmatch hier am Starten ist. Du wirst Stress. Du guck Auge. Du guck Auge. Komm raus da. Komm raus. Oh mein Gott, Digga. Ja. Ja. Was hast du wirklich krasses Schwert? Ja. Kannst mal sehen. Ein Steinschwert. Nein. Goldapfel rein. Goldapfel rein. Ich habe jetzt keinen mehr, ne? Ich habe keinen mehr. Nein. Okay, okay. Bogenbattle. Ach, Mann ey. Verdammt. Wie viel Leben hast du noch? Verdammt, hau ab. Zeig mir dein Leben. Zeig mir dein Leben. Ja. Ja, jetzt wird Steinschwert. Bam. Bam. Ja. Goldapfel rein. Und Angriff. Angriff. Oh mein Gott. Hau lieber ab. Hau lieber ab, Kollege. Ja. 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 Nein. Und Angriff. Ja. 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 Nein. Ja. Oh mein Gott. Ich gebe dir aber Kombo. Nein. Kombo. Ja. Kombo Pombo. Kombo Pombo Lombo. Kombo Wombo Schombo. Ja. Oh nein. Wie viel hast du? Nein. Ja. Mann. Das war's heute wieder, Freunde. Wenn ihr von sowas vermerzen möchtet, lasst ein Like. Check dir das Video aus. Haut rein. Bis morgen. Ciao. Ciao.